hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ja und zwar wollte ich das in den share factory modus machen aber irgendwie nimmt er da nicht auf und zwar hatte ich gerade gestreamt ich wollte eigentlich auf der gemeinerade stream nur da hat mich die lust ganz schnell irgendwie verlassen und wir sind dann umgezwitscht auf die unter griesbach wurde es wie nach drei minuten abgerissen ist ich denke mal das ist ein problem bei youtube ich kann mir nicht vorstellen dass es an meiner playstation oder an meine internetverbindung liegt das glaube ich ja weniger und ich habe auch nach diesen zwangs ende nach drei minuten hatte ich jetzt irgendwie keinen bock mehr noch mal ein stream anzumachen tut mir leid leute aber ja und ich hätte noch eine ganz liebe bitte an euch da draußen und zwar würde es mir oder wäre es echt nett von euch wenn ihr in die kommentare hier unter dem video schreibt ob wir die gemeinerade weitermachen sollen oder die liebe beenden sollen weil wie gesagt ich hatte gerade gestreamt aber mich hat die lust sind doch ganz schnell verlassen auf der rade ja ich weiß nicht ob also es wäre ganz nett von euch wenn ihr da unter wenn ihr unter diesem video schreiben würdet gemeinerade ja oder nein ihr braucht nur ja oder nein reinschreiben das würde schon reichen und ich würde mal sagen so die mehrheit würde dann gewinnen also wie gesagt es wäre echt nice wenn ihr das machen würdet wer liebt von euch so wir werden morgen nachmittag noch mal stream wo und was bin ich mir noch nicht ganz sicher entweder bandico oder unter griesbach vielleicht auch noch mal euro farms mal schauen könnte ja auch gerne unterschreiben unterschreiben was ihr sehen wollt bandico und der griesbach ravensberg haben wir auch noch euro farms hätten wir auch noch und sonst noch was weiß ich jetzt gerade so nicht wie gesagt könnt ihr gerne mal reinschreiben auch noch dazu wäre ich ganz nice von euch mal gucken ob ich noch ein post bei instagram hinmach reinmach auf die schnelle falls sie nicht vergesst könnt ihr werde ich den link zu meinem instagram kanal hier auch noch mal verlinken und ja ich wünsche euch noch einen schönen abend eine schöne gute nacht und ich hoffe dass wir uns morgen sehen macht es gut tschüssi tschüssi